Oh, er hat ne Sex. Mann, wie lang wollen wir jetzt noch Karussell fahren? Mir wird ja schon schwindlig. Na gut, Toad bekommt jetzt die Sterne. Aber gut. Er hat eh so wenig. Ich glaube nicht, dass er mich aufholen kann, oder? Ja, aber man darf sich nicht zu früh freuen. Spiel für das Ereignis. Ein paar Mini-Sterne sind im Meer versunken. Hol sie wieder an die Oberfläche. Ja, ne, brauchst nichts erklären. Okay, das kennen wir ja schon. Oh Mann, hoffentlich verkacke ich hier jetzt nicht wieder. Okay, was wäre denn gut? Ne 3 oder ne 1, bitte? Bitte keine 2, bitte keine 2. Ja, 1 ist gut. 3 wäre zwar besser gewesen, aber naja, wenigstens kein rotes Feld. 4 4 4 So, 4 oder 6? 4 oder 6, bitte? Bitte, bitte, bitte. Ja, 4. 6 wäre mir zwar lieber gewesen, aber 4 geht auch. Jetzt brauche ich eine hohe Zahl, mindestens, ne, mindestens 5, damit ich da rauskomme. Bitte hohe Zahl, 5 oder 6, bitte, bitte, bitte. Oh nein, 4. Dann komme ich aber nicht raus, Mann. Ja, dann sind alle wieder verloren. Oh, toll. Nein. Holt mich nicht auf, Leute. Oh mein Gott. Na gut, ich bin noch erster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, Glückstreffer. Jetzt kriegt er auch wieder ganz viele Sterne wahrscheinlich. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich bin in Führung und jetzt holt er sich wieder 100.000 Sterne. Ich halte es nicht aus. Würfel ganz wenig. Mann, wenn der mich jetzt noch aufholt. Nein. Nein. Schnell, schnell weg von der Insel. Hol mich bloß nicht auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, er darf nochmal würfeln. Mann, würfel ne 1. Ja. Dein 0,1 Würfel. Okay, ich bin dran. Gib mir die ganzen Sterne. Ja, ne 6. Ja, wär schön. Nehm ich den. Bitte ne 6. Bitte ne 6. Bitte ne 6. Oh, ne 5. Okay, 3 Sterne mehr. Und ich bekomme einen Würfel. Wieder ein 4, 5, 6 Würfel. Oh nein, würfel ne 1. Würfel ne 1. Aha. Ja gut, Toad hat noch weniger Sterne, aber... Nein. Na, jetzt hat er diese ganz vielen Sterne. Oh mein Gott. Okay. Er hat noch weniger als ich, aber man weiß ja nie, ne. Die kommen mir gefährlich nah. Er hat ne 1. Und wenn jetzt beim Bowser fällt, wieder was Schlimmes passiert. Oh mein Gott. Wow, jetzt schlägt's 13. Zeit für Bowser. Los, Spiel für der Shygeist. Ich triff Bowsers Willkür. Vielleicht hast du ja Glück. Alle Spezialwürfel weg. Ne, gib dem letzten Platz 5 Münzen. Ähm, 5 Sterne. Spielführer Schalkei an den Mini-Sterne gehen an den letzten Platz tot. Ja, okay. Der hat ja eh weniger. Ja, jetzt sind die fast gleich. Oh, ha, ha. Das bringt Leben in die Bude. Das Daniel traurig gestalten. Fast geschafft. Es ist ein Bosskampffeld. Hier wartet euch der letzte Kampf in dieser Welt. Ja, und der... Oh Gott. Um Bowser-Shank zu besiegen, müsst ihr alle zusammenarbeiten. Ja, was mach ich? Er nimmt den normalen Würfel. Ja, wenn ich dann den Bosskampf verliere und den verliere ich ja wieder, dann war's das wieder. Eins, vielleicht ist das gut. Das ist doch so ein Glücksfeld. Äh, oder... Nein. Na, einerseits ist es gut, aber andererseits können die anderen dann auch wieder aufholen. Mann, ich will endlich gewinnen hier. Ich will endlich hier gewinnen. Gib mir mehr Sterne. Ja. Ja. Und am besten eine 4, ne? Eine 4, bitte! Eine 2. Na toll. Okay, ein Würfel. Eins, zwei, drei. Oh Mann. Hoffentlich kriegen jetzt die nicht wieder die ganzen Sterne. Er bekommt ein 0,1 Würfel. Das ist so spannend. Man hält es kaum aus. Nein. Und er aufholt. Eins, okay. Eins ist gut. Das ist nicht viel. Hier kommt ein 0,1 Würfel. Okay. Eine 2 wäre gut. Oder... Keine Ahnung. Wäre eine 2 gut? Eine 2 wäre gut, dann kriege ich die ganzen Sterne. Bitte gib mir eine 2. Bitte gib mir eine 2. Bitte. Okay, 3. Äh, hm. Dann darf ich nochmal. Ja, das zieht sich. Das zieht sich. Okay, eine 4. Ähm. 4 wäre toll. Gib mir eine 4, bitte! Gib mir eine 4! Gib mir eine... Oh, 3. wieder ein Würfel. Es ist ein 4, 5, 6 Würfel. Ja, nein. Leute, würfelt... Nee, diesmal keine 1. Mach eine 5. Oh Gott. Wir drehen uns hier ewig im Kreis. Ich habe Angst, dass die aufholen. Mach eine 2 oder... 3 oder... 4. Oh Mann. Der holt auf. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Geht hier unendlich. 1, 2, 3 Würfel. Verdammt, gib mir jetzt einfach eine 2 und dass ich hier rauskomme. Gib mir eine 2! 2, 2! Ach, 3. Okay, ich darf nochmal. Oh mein Gott, ist das spannend. Gib mir eine 4! Gib mir eine 4! 4! 4! Nein! Ja, das geht unendlich, Mann. Mann, ich halte das nicht aus! Ja, danke für den Würfel. Ich habe schon genug Würfel. Oh, er hat eine 6. Oh, er hat eine 6. Mann, wie lange wollen wir jetzt noch Karussell fahren? Mir wird ja schon schwindlig. 0, 1 Würfel. 0, 1 Würfel. 0, 1 Würfel. Mach ganz wenig, oder? Keine Ahnung. Oh, Sex. Das kommt da bestimmt drauf, oder? Diese Spannung. Diese Spannung! Ja. 0-1-Würfel. Alter! Ich will raus aus dem Karussell. Also eine 3 wäre gut. Das bringt ja nichts. Eine 4. Obwohl, da kann ich vielleicht dann mehr Sterne noch sammeln. Warte. Ja, ich versuch's. Keine Ahnung. Mach eine 4. Ja, jetzt hab ich wieder eine 5. Okay, ich hab wieder Sterne. Aber die anderen, die bekommen ja auch immer Sterne. Was krieg ich jetzt für einen Würfel? Immer den gleichen Mann. Da hab ich doch schon so viele jetzt. Sind wir jetzt ewig auf der Insel gefangen? 3. Kommt der jetzt raus, oder? Ja. Er kriegt jetzt die ganzen Sterne. Okay. Die hätte ich zwar gern gehabt, aber naja. Oh mein Gott. Der holt mich fast ein. Eins. Kampf-Minispiel. Hi, Hammer, Bro! Das zieht sich. Das zieht sich, Leute. Nein, kein Kugel will ich rennen. Das kann ich nicht. Hier war Luigi. Ah! Pass doch mal auf, Junge. Das wird nix. Das wird doch nix. Ich kann das einfach nicht. Stoß immer irgendwo an. Ach, Mann. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Oh mein Gott. Ihr holt wieder voll auf. Oh mein Gott. Ich muss irgendwas tun. Oh mein Gott. Okay. Mach eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Okay. Eins. Glückstreffer. Super. Jetzt geht's wieder weiter auf die einsame Insel. Da kann ich ja gleich ein Haus bauen. Und dann lebe ich da. Für immer und ewig. Hohe Zahl, bitte. Zwei. Schön. Schön. Vielleicht ist der Würfel ja auch mal praktisch. Ich schmeiß mal den hier raus. Hier we go. Toadwürfel. Bloß keine zwei. Eins ist gut. Zehner Würfel. Zehner Würfel. Schei geil Würfel. Bloß keine eins. Vier. Okay, jetzt ist mein Turn. So, jetzt hat er noch. Achso, er hat noch den Würfel. Okay, jetzt ist aber mein Turn. Was würfel ich jetzt? Jetzt sind zwei. Zwei. Zwei wäre gut. Zwei, bitte. Zwei, bitte. Zwei, bitte. Zwei. Nein. 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 Okay, ich darf noch mal. Ach, kann ich denn hier auch mal Glück haben? Ich will auf das mittlere Feld. Okay. Ich will, ich brauche eine Vier. Ähm. Ja, wieso ist es jetzt wieder der normale Würfel? Vier, bitte. Vier. Sechs. Hm. Wieder ein Würfel. Nein. Vier, fünf, sechs Würfel. Toad, mach eine Eins. Vier. Oh mein Gott. Diese Spannung ist nicht auszuhalten. Eins. Er bekommt ein Vier, fünf, sechs Würfel. Mach eine Eins. Oh nein. Er kommt. Nein. Er kommt auf das Feld. Nein. Warum komme ich da nie drauf? Nie komme ich da drauf. Mann. Ich bin zwar immer noch Erster, aber wie lang halt noch? Beim Endgegner verkacke ich. Okay. Eine Eins oder eine Zwei. Ich brauche noch mehr Sterne. Eins oder zwei. Eins oder zwei. Eins oder zwei. Eins oder zwei. Ja, eins. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Ach du, er ist tausend. Da passiert gar nichts. Das ist ja nur Verarsche hier. Nee, ich habe nicht gedacht, dass du sie mir gibst. Da passiert halt einfach gar nichts. Mach eine Eins. Ja, genau. Zurück. Oh mein Gott. Das hört ja nie auf. Drei. Kampf-Minispiel. Hallo, roter Hammer, Bro. Ballonballerei. Oh mein Gott. Komm schon. Mal treffen. Okay, einen habe ich schon mal. Röder Schei-geil. Komm schon, noch ein bisschen. Noch ein bisschen höher. Komm schon. Noch ein bisschen höher. Komm schon, nein. Er hat schon gewonnen. Aber ich bin Zweiter. Oh Mann, oh Mann. Er hat minus 10. Oh Mann, Schei-geil. Es geht ihm ja langsam auf den Sack. Okay, vier. Okay, wir sind am Ziel. Boss-Kampf! Gegen Blupa! Blupa! Statt! Wo bist du? Ich schieße um mein Leben. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Wo bin ich? Leute, wünscht mir Glück. Na, ich bin nicht gut, oder? Yeah! Ich hab den Siegertreffer! Yeah! Ich hab zwar nicht die meisten Punkte, aber vielleicht hilft ja das was, dass ich der Siegertreffer war. Geht's weiter. Und Siegertreffer. Vielleicht hilft das ja was. Weil er ist Spieleführer. Oh Mann, er kriegt wieder so viel! Oh mein Gott! Oh Mann, wenn er mich jetzt überholt hat. Jetzt kommt's ja noch auf den Bonus drauf an. Würfelstar. Wenn ich jetzt wieder verloren hab, dann krieg ich die Krise! Yeah! Alle für mich! Ich muss gewinnen, ich muss gewinnen! Minus da! Schei geil, Schei geil! Ich hasse dich, Schei geil! Gib sie mir, gib sie mir! Yeah! Okay, Leute! Jetzt mach ich euch fertig! Ich hoffe es! Ich hoffe es so sehr! Okay! Tschüss Toad! Ich hoffe es so sehr! Was? Wir haben beide gewonnen! Oh Mann! Ihr seid die Superstars! Habe ich mit dem wieder gleichzeitig gewonnen! Aber der ist doch böse! Erzählt das jetzt trotzdem als Sieg? Ja, hoffentlich! Oh yeah! Wir sind beide Superstars! Ist das nicht toll? Ja, ich bin zum vierten Mal Superstar! Endlich geschafft, Junge! Wird ja auch mal Zeit! So! Das bin ich! Das ist Schei geil! Und das ist Toad! Ministerne, Felder, Würfel, Gesamt! Na, mal sehen, wie viele Ministerne Waluigi diesmal gesammelt hat! Ja, 140! Oh yeah! Beenden! Zurück zum Hauptmenü! So Leute! Wir haben es zum dritten Mal jetzt endlich geschafft beim dritten Versuch! Diese Strandwelt zu beenden! Und es war so spannend! Es war so spannend! Man hat es kaum ausgehalten! Ja, und dann war ich Gleichstand mit Schei geil! Aber das zählt ja dann auch als gewonnen, wenn man mit dem anderen auf Platz 1 ist! Ist man ja trotzdem auf Platz 1! Also, was soll's! Endlich gewonnen! Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben! Das habe ich ja jetzt auch echt verdient nach drei Versuchen! Und, ähm... Schreibt einen Kommentar und abonniert mich! Und... Wir sehen uns dann in der nächsten Welt! Hoffentlich brauche ich da nicht auch wieder drei Versuche! Weil das ist echt anstrengend, alles dreimal zu machen! Aber, ja... Ich gebe mein Bestes, Leute! Für viele tolle weitere Parts und Let's Plays! Und andere tolle Videos! Bleibt am Ball! Und wir sehen uns dann beim nächsten Part! Ciao! Ciao!